Es werden die Spiegeleier sehr oft falsch zubereitet. Spiegeleier brauchen 12 bis 14 Minuten, dass es richtig werden. Spiegelei muss in einer Pfanne mit Vertiefungen zubereitet werden. Wenn Sie es nicht haben, können Sie ohne weiteres auch in einer normalen Pfanne drinnen zubereiten. Nur sind das dann keine Spiegeleier, sondern Ochsenaugen. Ganz wenig Fett. Und dann wird das Fett nur lau erhitzt, nicht heiß. Leicht gesalzen das Fett, meine Damen. Und dann kommen die Eier hinein. Und dann sollen sie langsam stocken. Und warum salzt man das Fett? Wenn ich nämlich die Eier von oben salzen würde, dann würden die Eier blind werden. Also am kleinsten Feuer nun die Ochsenaugen garen lassen. Darf Ihnen wie immer einen guten Appetit wünschen. Ich würde mich wieder verabschieden für heute mit einem Christian, meine Damen. Auf Wiedersehen, meine Herren.